Matratzenmatze, Matratzenmatze. Bleh. Sonst hab ich gedacht, Arbeit kann sich ja ausstehen, ja. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Nee. Jaa, Eben. Typisch. Nee. Guck, guck. Oh Scheiße, wo sind wir gelandet? Ich versteh das auch nicht. Ich versteh das auch nicht. Ich versteh das auch nicht. Das versteh sowieso nicht. Boah, das geht krass. Seit... Seit paar... Oh, nee. Seit paar Monaten. Warum? Nee. Nee, mach ich nicht. Aber ich habe immer noch... Der ist live auf Pornhub. Ich habe immer noch null Zuschauer, also... bei Pornhub. Bei Pornhub. Wieso hat... Bommelt im Strick von der der Kirche. Warum hat sie sich aufgehalten? Was ist die hier mit den Bullen los? Jaaaa... Die Strasse sind ein Mikro. Die Arten sind zu klein für meinen Auge. Matratzenmatzen. Müsste das jetzt sein, Matratzenmatzen? Oh, was ist hier mit den Bullen los? Ich werd hier irre. Ist doch gut für ein Geschäft, oder? Glaub mal. Wieso denn nicht jetzt? Ja, weil es vielleicht jemandem da läuft. Ja, dann muss ich auch Fresse kriegen. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, also. Guten Abend. Wo ist Nasi Blasi hin? Der ist eingeschlafen. Ach, das ist ja normal für ihn, okay. Aber wieder ohne Vorwarnung, einfach weg. Ja? Ja? Moin und Gen. Was ist denn das hier, Junge? Moin und Gen. Hat es dich ausgegeben, Micha? Hey! Und dann wird es vielleicht länger dauern, bis es dahin ist. Ja, und was? 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 Und was machen wir jetzt? Ja, und was? Ja, und was? Ja, und was? Ich weiß auch nicht. Ach, das war ein Abfüllschirm. Das war ein Abfüllschirm. Hab ich gehört. Ja? Ja. Ja? Ich will ja mal abhauen! Dittlittlittlittlitt Da kommen wir rein mit dem Lüsten Dankeschön da gibt es ein viel schöneres von ricardo hier ist es viel schöner was dann ja weiß ich schon und du bist nicht bei mir welcher spass tief ist das? lass mein auto alter was ist das für eine scheiss musik alter mann die beste nahe leise trank am warm in sand dann nahm ich deine land hör auf sinnen und du kannst nicht nicht sinnen also besser sterben von ALKUNA ich weiss nicht an wie mich das erinnert wie hieß das mädel nochmal was voll einen raus getrillert hat mirig gamer jajaja die hat er immer so gut gesungen ich weiß ja wo weißt du das noch wo er sie überredet hat und dann hat sie dick eigen raus gesungen aber sowas von und dann kamen alle in die party auf einmal Lars und ich weiss nicht wer noch Kemi der *** ich weiss nicht was du machst für mich das war gut oh ne Samuel wow Tim du bist ja auch bei 200 irgendeiner hat gesagt ich weiss nicht wer es war irgendeiner hat dir gesagt der klingt scheisse ich glaub das war Tobi oder so ja klart Kind sicher hallo der geht doch zu den Frauen hin Mann du bist hässlich aber willst du picken? Jörg der Leckische boah scheiße trevin teffyn ja dass du trevin hör auf gott ohne In Urlaub, ja. Ach, das mach ich eh. Das mach ich eh, Tim. Ich sing immer meistens... Sing ich dann immer in der Weihnachtsbäckerei oder sowas. So trägt die dann richtig auf. Ist immer sehr lustig. 25 Grad ohne Filmanlage. Was, ne? Janga, changa mæder. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho picky ärpens angesiedisiarlos? Vad? Und wie soll ich das verstehen? Ah, nicht du. Unter함se van der Kirsd... Ooh. was hast du einen für mitte auf ohne junge nicht mit ist ein sicherer tod aber ich fahre jedes mal drauf rein voll gegen den baum gefahren selber schuld wo mitnehmen ich fühle mich irgendwie jetzt schon tot was ist das für musik so erzähl mal michael was ist das und ich zeig doch jetzt mal was da musik ist das ist gute musik das ist musik mit stil ja klar die altmusik so kugelkirchen und so ja mit dem muss ich rechnen ich lag direkt neben michael ist da eine klappe gerade aufgegangen ah das war jetzt zeit dass ich hinten rein so auf die straße du denkst auch ich stopp der verhinderl immer 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 im 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 l im im in ich ich warte gibt mir Ich bin glücklich, verdammt bin ich nicht frei. Oh, das ist voll die sardische Musik, Alter. William, das ist dein Jahrgang. Das ist dein Jahrgang, Alter. Was ist? Was für eine Flappensprache spricht ihr da? Ihr Hinterwäldler. Das ist das ekligste Deutsch, das hätte Hitler töten sollen. Scheiss. Ich bin tausendmal belogen. Oh nein, das ist verletzt. Und wo ist der Knusperkeks? Ja, die machen jetzt eine eigene Party. Ich kann meinen an den Turnschuh schmeißen oder so. Den Turnschuh. Ja, nimm mal deinen Fuß hoch, ey. Nimm mal deinen Fuß, das ist die Katze. Nats ist auch geblieben. Das ist doch scheiße, Junge. Jetzt gehen die alle wieder. Ja, weißt du, Pacific spielen, Mann, und wir uns, weil es zu viel in der Party sind. Ja, ich kann den... Ich bin ja schon in der Party. Ich? Warum? Nervt es? Weiss ich doch nicht. Nein. Weil es viel zu spät an der Zeit wurde. Aber warum bekommst du eigentlich eine Nachricht? Oder hast du mich abonniert? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wo ist Michael? Michael ist verloren. Erwin wollte euch ein Lied versingen. Oh nein. 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 ihr ja nur sadern. Direkt vor uns ungefähr. Achtung, dort ist er. Ja, ich bin dran. Gut, hab's. All right, I got another picture. I still need some more, though. Don't send me shots of your privates or the sunset, or your private bits at sunset. I just want shots of license plates, no filters, and definitely no hashtags. Achtung, hör auf. Hey, ich bekomme hier 100.000 Nachrichten. Party, Party, einladen dich. Ja, hab ich ja schon. Ja, hab ich ja schon. Ich weiß nicht. Die einladen und dann... Das ist die Töne. Ja. Und die Sterne abschütteln, ne? Das ist die Töne. Ich werde und die Schlauze nehmen. Okay, grüß. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, oh damn. Ist das das? Und Sponder sollte hier sein. Ja, das ist das Modell. Wenn du kannst, gehst du zu Lester's. Ah, die Knusper drin. Ah, Blatting. Ja, dann auch. Okay. Ja, klar. 12. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, und? Weiss nicht. Und wahrscheinlich mit dem. Schau mal auf dem Tablet. Vielleicht funktioniert es dort. Ja. Du musst jetzt rauchen. Du wartest um 10 Uhr, dann kannst du drinnen rauchen. Ja, dann rauch. Los. Ja, essen willst du nicht, rauchen willst du nicht. Ja. 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 Das ist das. Ja. Das ist der Bacher. Das ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. Ja. Was? Horst. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Schatz, welche Chessie ist bei einem Alten zusammen? Die, die ich auch in der Truppe haben kann. Die, die ich eh am Floss haben, die Chessie, oder? Ja. Ja. Ja, klar. Ja. 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 Boah, was ist da gerade passiert? Scheiße, was ist da passiert für heute? Vorsicht! Boah! Ausgewichen, wenn es nicht das Auto wird! Mann, war jetzt wirklich mal schnell! Hey, es fährt zu den Booten, siehst du? Ja! Nicht zu den Booten fahren, komm mal bitte mit! Ja! Wollte ich dir sagen, dass wir nicht zu den Booten fahren, sondern bei der hier? Ich nehme es über das Natenlauf! Ich komme mit einer Miss Villanine! Oh shit! Du Barrow! Der Pausch ist nicht gut auf dem Sandramatze! Nee, überhaupt nicht, Alter! Ich sage, der ist Heckantrieb und der ist gut zum Drift-Lenkchen! William, wie weit bist du? Ja, das ist schon die besten Berge von mir! Nein, ich habe mit denen geredet! Ja, ich warte noch auf Basen! Ja, ich warte noch auf Basen! Ja, ich warte schon mal rüber! Warte schon mal rüber! Mach den Hegeklack! Wenn der Hegeklack ist, dann darf ich schon mal landen! Ja, warte! Ja, ich warte schon mal rüber! Dann nimm gleich Basen, natürlich! Wenn du schon landen am Strand nimm mal Basen! Aber hol den AW noch nicht, ne? Das ist gelanget worden! Ja, ich warte schon mal rüber! Warte mal weiter links noch ein Stückchen! Warte mal weiter links noch ein Stückchen! Na, wie soll das jetzt hier? Äh, hier bleibt nirgert! Äh, das war ein größer! Ich hau mal! Nimmst du ein Heli? Komm mal an, nigger! Was ist denn Heli? Ja, warte! Okay, warte! Ich habe noch Zeit in Basen! Besser nicht! Ich nimm den Heli! Ja! Hey! Wenn wir schon mal den Kuchel gerücken, du schiebst! Ja! 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 Ja, und der Fett jetzt voll durch die Gegend! Äh, keine Ahnung, noch! Ja, es ist nicht gut! Ja, noch nie! Was? 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 Vorne rechts, warst du? Ja. Ganz vorne einer? Pass auf! Zürich, ich bin kaum, weil das kommt, weil das steigste. Oh, keine Ahnung, was kommt. Oh, keine Ahnung. Oh, nein, lass uns die Fotze denn hier, Alter. Fuh, du Scheiß hier. Kannst du uns kotzen, Alter? Wenn der Rüstung ist, halt. Ich hoffe, die Mäder fass mich wegschwimmen. Die Konstanz ist an der Grenze. Ja, ich will ja zu euch. Ey, ich hab grad den Ligle bei dir, aber du steigst halt ein und kannst einfach weiter, dann Ligle zurück. Ich hab die nächste Abrunde. Aber du hast den Stand oder der andere? Ja, hab ich ja nicht, äh, die... Watz, rechts, noch einer? Watz, rechts, noch einer? Ja, aber drei, aber okay. Aber Nini, Warte. Ja, ich seh's nicht. Geh, hier die Titan. Abigone. Warte. Warte. Warte, machst du? Ja. Du steigst halt wieder aus dem Boot aus, wenn du im Boot bist. Noch nie. Wer? Du steigst halt wieder. Danke. motivo von Nini